Und herzlich willkommen zurück bei Hexit. Wir sind immer noch dabei. Hier ist vorhin kurz vorm Schiff die Aufnahme irgendwie abgebrochen. Also wirklich abgebrochen. Gesamt Audiodaten, Audiodatei. Zum Glück alles gespeichert. Das ist trotzdem ein bisschen ärgerlich halt. Dann finden wir auch direkt mal das Piratenschiff. Hallo, hallo. Ah, sind nur Piraten. Oha. Und es lag wieder. Also lieber rechts, ne? Versuch mal die bisschen die Gunner ein bisschen zu schillen. Okay, aber die sind zum Glück nicht stark, aber halt die Masse macht. Ich habe eine Darker Sense bisher getwurbt. So, der Großteil ist jetzt gleich tot. Also unterdeckt zumindest. So, Meuterei an Bord. Der Käpt'n wird gestürzt. Wir wollen ein faires Abkommen. Und so. Pallee? Genau, Pallee. Ich habe das Recht auf Verhandlungen. Ohne Feuer ist in der Mitte. Das habe ich getwurbt. Da ist jetzt bei mir im Mittagrund wieder laut. Oh mein Gott, hier saßen Piraten. Oha. 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 Und die sind alle tot. Die sind tot. Oha. 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 hier ist eine kiste einst das blatt ein länges ein komplett allen plate scale hell mit mit protection 5 allen längsten mit blast protection 11 längens mit projektil protection 3 und chain boosten mit platz protection 2 und er war vor allem also federvoll Prozent federfallen okay den Kämpf schon wieder wer das doch und das ohne mich das werden es bewegt sich jetzt noch eine Menge essen und ich bin gleich tot. Ich brauche hier mal kurz Hilfe. Ja, rennen, rennen. Ich übernehme mal. Es lag gerade. Ich muss kurz was essen, sonst wäre ich wieder tot. Wollen wir jetzt kurz regenerieren. Also ich bin safe anscheinend erst mal. Oh, lag schon wieder, ne? Weil ich regeneriere gerade. Ja. Hallo. Ja, da ist mein Internet anscheinend weg. Da muss ich mal kurz hoch. Ja, Internet. Ja, irgendwie spinnt was mit meinem Internet anscheinend heute. Okay. Ich weiß nicht was. Ah, naja. Ich hoffe, jetzt regeneriere ich immerhin auch wieder. Regeneriere ich, ja. Immerhin. Ein bisschen. Ich hoffe, es geht jetzt erst mal wieder für ein Wallchen. Weil wenn nicht, dann wäre das ziemlich schade, weil wir gerade so schön am zocken sind hier. Oh mein Gott. Okay, ich habe hier gerade nur zwei. Drei. Einer ist tot. Oha. Du hörst zu viele. Renn. Renn. Ich bin hier. Ich bin hier festge... Ah, ich sehe nichts mehr. Ich hau schon in deren Rücken, aber ich bin... Oh, ich bin betrunken. Oh. Scheiße, ich habe nichts zum davor setzen. Okay, ich bin einmal außen rum. Ich bin jetzt wieder hinter dir. Oha. Schlecken mal. Oha. Oha. Sind die anderen abgeblieben? Was kommen die denn auch alle auf einmal? Sind die beklopter Arsch. Es läuft auf einem Piratenschiff. Oha, das... Es dürfte nur noch einer hinter dir her sein. Oder... Keine Ahnung, aber hier auf jeden Fall auf der Brücke sind nochmal richtig viele. So, ich habe regeneriert. Habt ihr hier was zugemacht? Ja, ne? Ja, ich habe das zugemacht, damit die nicht alle reinkommen halt. Warte, lass uns erst mal unten, ob man vielleicht noch... Irgendwas übersehen haben. Ja, ob die Call sind, nehmen die nicht alle mit. Weil man sie nicht braucht. Die stellen sich hier schon mal rein weiß an zum Pillen. Finde ich sehr schön. Aber es lag schon wieder. Boah. Leute, was ist denn hier los mit dem... Boah. Mein Internet will heute nicht. Was ist währenddessen durch die Hellenwechland? Das ist ein paar Sekunde. Das ist ein paar Sekunde. So, ich bin mit ihm aus. Und dann... Ich bin mit ihm aus. Ich bin mit ihm aus. Ich bin mit ihm aus. Nein, mein Internet will heute nicht, ich weiß nicht was da los ist, Problem mit der Internetverbindung zeigt es mir jetzt auch von Skype an. Ach Gott, was ist denn los? Lass das auch wieder weg. Aua, hast du den Ohren weh? Keine Ahnung, was mit dem Internet los ist. Läuft heute nicht so bei mir. Aber man muss sagen, wir sind jetzt drei Stunden am zocken fast. Das ist abnormal. Das ist richtig abnormal. Und dann die ganze Zeit drei Stunden unter Dauerlast, weil Hexe zieht ja einiges. So, jetzt sollte es wieder gehen. Ich weiß nicht, ob es geht. Okay, sehr schön. Ich habe noch keine getroppt. Ich traue mich irgendwie auch nicht mit meinem Internet jetzt wirklich daraus zu gehen. Nein, ich weiß nicht. Du wirst nur fahren. Boah, lag aber schon ein bisschen tolle. Hier hat man den Bewegungsfreiraum. Einarbeit. Ich bin wieder betrunken. Ja, mach Tick-Tack und Schlangenlinien. Ja, mach ich immer. So. Ich weiß auch nicht, wie ich das Internet auf die Qualität der Audiospur ausgewirkt hat. Ich hoffe nicht allzu viel. Wenn doch, dann tut es mir leid. Aber man kann gegen die Technik nichts machen. Jetzt werden einige sagen, ihr besseres Internet kaufen. Mag ja sein, aber wir nutzen das Internet hier mit sieben Leuten. Und wenn ich und mein Bruder zum Beispiel gleich zeige ich Minecraft zocken, ich Hexe, was einiges frisst, muss man dazu sagen. Dann halt noch Skype weiter am Thelen auch. Also er mit seinen Freunden und ich jetzt in dem Fall mit Simon. Dann ist das Internet schon ein bisschen, ne? Dann kann das schon mal passieren. Und wir haben eine gute Leitung eigentlich. Auf jeden Fall habe ich auch zwei Electrical Essenzen jetzt. Das heißt, wir können uns... ... man braucht eine für ein... ... ähm... ... also... ... für... ... 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 Tötet! Nooo! Scheiße! Naja... Sorry! Ja, die neun Minuten musste ich jetzt alleine... Scheiße! Die sammelt deine Sachen ein! Scheiße! Sorry! Ähm, dann müssen wir irgendwie genug... Ja, ich fehlt sehr amizidant jetzt. Okay, ähm... Bis später. Oder ich logge erstmal aus. Dann völlig kein Hunger. Und dann kann ich mir jetzt irgendwas anderes machen. Irgendwas essen holen oder so. Ja. Äh... Äh... Ich rufe dich dann an, wenn die Folge vorbei ist. Ja! Bis gleich! Und sorry! Scheiße! Ey, jetzt muss ich alleine... Puh! Aber ich habe glaube ich alles... Ja, ich habe alles mitgenommen von ihm. Ähm... Brauche ich kurz... Die... 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 Die im Antax... Die im Gürtel... Ich weiß nicht... Was ist meine? Ja, die Armfracking ist seine auf jeden Fall. Hier war das ein Grabstein mit... Scheiße! Ey! Das wollte ich nicht! Maaann! Äh... Das ist ein Zimmer, Mann! Ach Scheiße ey! Maaann! Jetzt ist er wegen mir tot! Maaann! Das liegt doch nicht, wenn du dich nach dem Klo einschließt! Die Finger nägeln haben fast in den Schlitten! Ha! Mein kleiner Bruder hört schon wieder rum, weil er hat die Finger nägel nicht! Hallo! Oha! Das ist der... Piraten-Captain! Ich weiß nicht, ob ich ihn schaffe alleine! Oh mein Gott! So, dann schauen wir mal an die Mutter, die hier reingekommen ist gerade! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kampf gegen den Piraten-Captain! Alleine! Oha! Wenn es mir zu viel wird, dann hole ich einfach ab! Dann hole ich einfach schnell nach Hause! Aber ich glaube, momentan kann ich ihn ganz gut schaffen! Ich glaube, ich kann ihn sogar schaffen alleine! Wenn mein Internet jetzt nicht so lang würde! Oh mein Gott! Ich muss was essen! Oha! Jetzt hat er mich! Jetzt hat er mich! Oder auch nicht! Trauerhaft Leben hat er noch! Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg schon mal! Was die Elektrik Essenzen angeht! 270 hat er noch! Die Hälfte habe ich gleich runter! 256! Aber der kommt hier mit drei Leuten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe nur noch die Hälfte des Lebens! Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da ist er! Er hat sich äh... Ich breche nicht! Wart! Wenn ich so ein bisschen ruhiger bin, liegt es daran, dass ich halt ähm... versuche mich zu konzentrieren! Einigermaßen! Jetzt muss ich kurz rennen! Ich habe keine Lust zu sterben! Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der Piraten-Captain jetzt? Ich muss die Folge jetzt ohne Simon beenden! Da ist er! Da steht er dumm rum! Hallo! Oha! Äh... Wo ist denn der? Da ist er! Da ist er! Wo ist er? Wo ist er jetzt? Stirb! Motherfucker! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der ist richtig... Der ist richtig Arschi! So! Jetzt habe ich den nochmal einen Grid gehauen! Oha! 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 Jetzt hat... Simon auch... Nein! Unter seinem Namen stehen! Und da habe ich ihn gehört, dass er wieder... Oh mein Gott! Der hat doch endlich... Nein! Das ist 3! Oha! Ich bin hier gefangen! Schocker-Maser! Egal! 97 Leben hat er noch! Oha! So! Ich habe gleich wieder Leben voll! So! Das war nur ein Fake! Von dem! Wo ist denn der jetzt? Oh! Nein! Nicht runter! Boah! Verdammt knapp! Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da! Und ich war schon wieder... Jetzt hat er es dunkel gemacht! Hä? 55 Leben hat er noch! Es ist die 48! 41! Oh mein Gott! Ich bin mit Punkten! Äh! 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 Ähm! Guck mal! Guck mal! Ah! Oh mein Gott! Ein Schlag noch! Und er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Wir haben den Piraten Captain gelegt! Trickstar Dagger hat er getroppt! Das ist sehr schön! Dann gucken wir mal was oben in der Kiste noch ist! Und da sollte ich auch noch was wertvolles sein! Zwei Kisten! Golden Feder! Drei Goldblöcke! Einen Golden Helm! Die Goldene Feder ist ganz gut! Für diejenigen die nicht wissen! Oha! Und Big Bag Bag! Sehr schön! Flint! Alumin... Nein! Das ist Minecraft abgestürzt! Nein! Egal! Dann sag ich danke fürs Zuschauen! Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr ein Abo auch direkt da lassen! Damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand! Wenn ein Video hochgeladen wurde! Das ist zum zweiten Mal das Minecraft abgestürzt ist! Ich hoffe nichts schlimmeres! Ansonsten danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Bis dahin! Euer Henne! Tschüss!